Gehen müssen wir rein. Alter. Das ist nice. Hier sind mehrere. Ah ja, weil hier auch mehrere. Ja, ja. Versteh schon, versteh schon. Ich find das nice. Ich find das schon nice. Hier können wir noch Sachen kaufen. Hosen. Warte, hab ich kaufen gedrückt? Oh, ja. Tem-Karten? Ne. Aufweger, beleber. Beleber können wir uns nicht holen. Wie viel Tem haben wir denn? Ach, 431. Da unten sieht man das. Das hab ich gar nicht gesehen. Neben meinem Logo. Das war's schon. Kein Cash mehr. So schnell geht unser Cash alle, Alter. Das ist krass. Das ist wirklich krass. Ich wollt hier nicht rein. Ich wollt hier rein. Warte, was? Solltest du nicht in irgendeinem Klassenzimmer sitzen? Irgendeinem nur? Okay. Jetzt sitze ich mich hinter das hier. Wie kann ich mich denn hinsetzen? Kann ich mich hier drauf hinsetzen? Ich glaube, ich bin im falschen Klassenzimmer. Alter. Ah, da unten sehe ich auch gerade meine Tam-Tams. Das wusste ich gar nicht. Und dieses ist mein Büro. Außerdem bin ich furchtbar beschäftigt. Ich muss los. Du mir helfen? Du sollst deine Nase tief in irgendwelche Bücher vergraben. Es gibt da doch etwas, was du für mich tun kannst. Kennst du Yusuf oder Roger? Das sollten Klassenkameraden von dir sein. Äh, nö. Kenn ich nicht. Nun, ich kann sie nirgendwo finden. Sie schwänzen ständig den Unterricht. So wie du. Huch. Dafür kann ich nix. Irgendjemand hat mir befohlen, den Unterricht zu schwänzen, Kappa. Ja. Ich weiß ja, ich wusste ja gar nicht, dass ich den Unterricht schwänze gerade. Ich dachte, ich hätte gerade Freistunde. Also im Vertretungsplan steht gerade drin, dass ich nicht zur Schule muss. Aber ehrlich gesagt, mache ich mir langsam Sorgen um sie. Kannst du sie für mich finden? Äh, wo sie sind? Äh, wo sie zuletzt gesehen wurden? Irgendein Tipp? In Ordnung. Ich werde sie suchen. Also gut. Bitte sei diskret. Wir wollen auf keinen Fall Carlos involvieren und eine offizielle Untersuchung daraus machen. Die Akademie hat einen guten Ruf zu verlieren. Komm zurück, wenn du sie findest. Im Gegensatz bekommst du garantiert gute Noten. Ja, geil, Alter. Und das sagt die Direktorin zu uns. Aber ist das jetzt mein Klassenzimmer hier? Hallo. Bitte sei beim nächsten Mal pünktlicher. Der heute ist fast vorbei. Ich muss doch hier rein, oder nicht? Du wirst dich ein wenig anstrengen müssen, mit der Klasse mitzuhalten. Ach so, okay. Nö. Yosef. Man bekommt die Kombination am Empfang. Die geben mir einen Zettel, auf dem sie draufsteht. Aber ich weiß nicht mehr, was ich damit gemacht habe. Vielleicht könnte sie dir einen weiteren Zettel am Empfang geben. Warum machst du das nicht selbst? Weißt du, wie oft mir das passiert ist? Das ist mir einfach peinlich. Ich glaube, das war okay. Dann gehe ich halt hier. Ich helfe Yosef. Sag Lust, deine Spinnkombinationen schon wieder vergessen. Ich glaube es nicht. Nun, ich kann dir keine Kopie geben, weil wir keine haben. Wir müssen uns an die Datenschutzrichtlinie der Reverend-Gefolgschaft halten. Vielleicht findet er dann den Zettel ja wieder. Irgendwo ist okay. Ich werde ihn fragen. Viel Glück. Also. Der Rezeptionist hat mir gesagt, dass es eine Kombination geben kann. Deine Kombination nicht geben kann. Wir müssen... Okay, er lacht, Alter. Also, ja, also in der Nacht, ich habe bestimmt nicht gefrühstückt. Dann bin ich ein Temporium gegangen, um meine SIM-Karten zu holen. Dann bin ich sofort zur Akademie gerannt. Um nicht zu spät zu kommen. Könnte der Zettel noch bei dir zu Hause sein? Auf keinen Fall. Meine Eltern wären das bestimmt immer herbeigekommen, wenn mir zu bringen. Dann ist es bestimmt ein Temporium. Ja, er musste mir das mal bezahlen. Aus der Tasche gefahren werden, oder? Was hast du mit dem Temporium? Das ist die Frage, was mein Platz ist hier überhaupt. Nein, das ist das... Nicht das Temporium, oder? Ne, das war's. War das das Temporium? Doch, das müsste das Temporium sein. Wie sollen wir einen Zettel finden? Ne, ich möchte nichts kaufen. Ich hoffe nach einem Zettel. Habe ich nicht gesehen. Okay. Ich kaufe einfach nur einen. Nein, ich möchte... Kannst du das Neu-Mann-Nein anfangen? Ja, natürlich. Dann weiß ich, wie es funktioniert. So einfach... Du meinst so ein kleines Zettel mit dem Zahnkommission für deinen Spinn? Genau. Also einen. Genau, kann ich ihn haben? Äh, ich weiß nicht. Für welche Spinn ist er denn? Für meinen, für den von Josef. Ah, das war doch klar. Ja, den wird ihn verloren schon wieder. Bitte, bitte, bitte. Bitte, ich fliege dich an. Na gut. Aber du musst mir im Gegenzug ein kleines Gefallen... Alter, warum wollen die alle gefallen haben? Ne, war nur Spaß. Bitte schön. Danke. Okay. Kleiner Zettel. Ah ja. Gehen wir zurück. Der sollte sich das mal, keine Ahnung, in seinen Temp-Kar, keine Ahnung, wo einspeichern. 1, 2, 3, 4. Kein Wunder, dass ich nicht selbst darauf gekommen bin. Digger, 1, 2, 3, 4. Muss los. Okay. Ja, jetzt stehe ich hier. Hä? Jetzt stehe ich hier und kann nichts machen. Ich drücke gerade alles. Ich kann nichts machen. Das ist jetzt so weird. Ja, super. Hey, was soll das jetzt? Verstehe ich nicht. Ich kann nichts machen. Ist broke. Hey, hat sich das jetzt aufgehangen oder was? Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich kann nichts machen. Ich drücke alles hier. Und ihr seht ja auch, dass da nichts bewegt. Es bewegt sich nichts mehr. Ich habe keinen Plan. Ich kann nichts machen. Der hat ausgeredet und es funktioniert nicht mehr. Ja, super, Alter. Ich habe doch keine Lust, jetzt neu zu starten. Ja, Mann. Aber egal. Ihr wisst, was das heißt, Guys. Ihr wisst, was das jetzt heißt. Ich bedanke mich. All die vier, ja. Ich glaube, man macht gleich alles hier. Aber ich bedanke mich fürs heutige Dabeisein. Für den nicen Stream. Auch wenn das nicht so lange gewesen ist. Ich hätte es gerne weitergezogen. Nur ich habe jetzt keine Lust, jetzt nochmal neu zu starten. Weil ich habe noch nicht ein einziges Mal gespeichert. Nice. Deswegen, auf jeden Fall, danke fürs Dabeisein. Danke für das Support. Wenn es euch gefallen hat und ihr keine weiteren Videos verpassen wollt, dann hinterlassen wir doch ein kostenlosen Abo oder ein kostenlosen Follower auf Twitch. Auf Twitch.tv. Vielleicht müsst ihr nur nix. Könnt ihr mal gerne vorbeischauen. Danke fürs Dabeisein. Wir werden dieses Spiel weiter öfters mal im Stream zocken. Aber ich werde das auch offline, also off-stream zocken. Ja. Aber dazu würde ich auf jeden Fall, alle Streams, die ich dazu mache, werde ich auf YouTube hochladen. Werde ich schneidend hochladen. Die Stars Ananas. Kein Speicherheit. Alles online. Achso, okay. Ja, trotzdem. Das ist fucked up. Das ist kacke. Ja. Auf jeden Fall. Dann Cheerio. Und bis zum nächsten Mal. Und bis zum nächsten Mal.